Das ist die Lifehacks-Show! Welcome to a Lifehacks-Show! Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Schmeurer! Jo Leute, willkommen bei Lifehacks, was geht? Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, weil das ist unsere erste Q&A-Session hier auf Lifehacks. Und gleichzeitig sitze ich auch auf heißen Kohlen. Wir haben hier unsere Sachen gepackt. Der Minal liegt hier rum, das Kite-Gepäck ist gepackt. Wir werden nämlich gleich abgeholt mit einem Bus und fahren dann mit dem Nightbus nach Fortaleza, von da aus nach Sao Paulo, Abu Dhabi, Phuket. Sind also Donnerstag dann in Phuket, wo ich dann im Tiger Muay Thai einchecken will zum MMA und Strengths-Conditioning-Training. Zwei Wochen in so einem Bootcamp, hab richtig, richtig Bock. Aber euch interessiert wahrscheinlich viel mehr die Frage von der Sarah. Die Sarah hat mir nämlich geschrieben, hey Markus, ich höre deinen Podcast jeden Morgen beim Joggen. Sau cool, mach so weiter. Jetzt meine Frage. Wie händelst du das mit den Social-Media-Ablenkungen? Gibt es bestimmte Tricks, die du mir nennen kannst und die mir helfen, nicht den halben Tag auf Facebook und Instagram zu verbringen? Okay. Also erstmal, liebe Sarah, vielen, vielen Dank für deine E-Mail. Und zweitens, du bist nicht alleine. Mir passiert es immer wieder, dass ich in einem Rabbit Hole auf Facebook mich verkrieche und dann gar nicht mehr weiß, wie ich da hingekommen bin. Also das Problem ist, dass der Algorithmus von Facebook, Instagram, YouTube, whatever einfach richtig gut funktioniert. Mega getargetete Sachen ausgespielt werden, die dich total interessieren und wo man dann ganz schnell auch mal Zeit und Raum vergisst. Wie gesagt, mir passiert es auch. Ich will irgendwas posten auf Facebook oder will eine Ad schalten oder will mir Statistiken angucken, mach das Fenster auf und meine Timeline ist voll. Mit vermeintlich spannenden Sachen fange an zu klicken und vergesse dann, was ich eigentlich auf Facebook machen wollte. Was mir da hilft, sind drei Sachen. Erstens, Fokus mithilfe von Routinen, unterstützt durch Tools. Zweitens, Achtsamkeit, Awareness. Und drittens, keine Gelegenheit zu schaffen, dass man getemptet ist, also dass man in Versuchung kommt, überhaupt auf Facebook oder Instagram zu gehen. Erstens, Fokus mithilfe von Routinen. Was bei mir funktioniert ist, ich habe fest eingebaut, dass ich mir am Vorabend immer meine Prio-Nummer einsetze, den Most Important Task, der wichtigste Task für den nächsten Tag. Ich organisiere alle meine Tasks in der Wunderlist, gehe dann an dem Vorabend in die Liste rein, gucke, was auf morgen datiert ist. Hier ein kleiner Hinweis für jedes neue To-Do, was ihr euch in die Wunderlist legt. Macht euch ein konkretes Datum dran. Ansonsten ist es einfach nur ein weiterer Papierkorb und die Sachen verrotten da irgendwie in der Wunderlist. Also ich suche mir den wichtigsten Task von den To-Dos, die auf morgen stehen raus und mache da ein Sternchen dran. Bei Wunderlist kannst du ein Sternchen dran machen, dann ist es hoch priorisiert. So. Dann startet der nächste Tag mit 7-Minute-App, Meditation, Bett machen, whatever. Zum Morgenroutinen von mir mache ich nochmal einen eigenen Podcast. Aber eine von den Routinen morgens, die mir hilft, nicht auf Social Media zu gehen, ist das 5-Minute-Journal auszufüllen. Und da ist eine Hilfsfrage, what would make today great? Da sind dann immer drei Fragen, die sich auf dein Leben beziehen, aber auch auf Business beziehen können. Und eine Antwort gebe ich dann immer aufs Business, um mich aware zu machen oder mich darauf vorzubereiten, womit ich gleich anfange. Ich führe das 5-Minute-Journal immer beim Frühstück aus, kann dann ruhe Frühstück und weiß, okay, gleich geht's los mit Aufnehmen von der nächsten Lifehacks-Folge oder einem Gastartikel schreiben oder irgendein Tricky-Code-Problem auf der Website lösen. Also irgendwas richtig Großes, Wichtiges, was dir eigentlich auch Kopfschmerzen macht, was du normalerweise immer weiter wegschieben würdest, aber je später der Tag, glaub mir, umso schwerer wird dieser Task dann zu tacklen sein. Also ganz wichtig, vorabend Prio rausschreiben, dann sich bewusst machen, was ist heute meine Prio Nummer 1, what would make today great und dann mit diesem MIT starten. Das heißt, morgens nach dem Aufstehen kein Social Media, auf keinen Fall in die E-Mails gehen, auf keinen Fall Facebook öffnen, auf keinen Fall Instagram öffnen, sondern beim Frühstück sich bewusst machen, was ist mein wichtigster Task. So, und wenn du dann am Rechner bist, es gibt verschiedene Tools, die dir dabei helfen, nicht doch abzuschweifen und auf Facebook zu geben. Eins, was richtig gut funktioniert, ist Self-Control. Das blockt einfach alle Apps, die du da reinträgst, vorzugsweise Twitter, Facebook, Instagram, YouTube etc. Und du kommst einfach nicht drauf. Also das Ding ist, nicht zu überwinden und auszutricksen, das verlinke ich auch in den Journalen, das heißt Self-Control. Nächstes Tool, was richtig gut funktioniert, ist Pomodoro. Pomodoro ist ein System, was dein Arbeitsrhythmus in mehrere Sprints einteilt, in sogenannte Pomodoros. Das heißt, du bist 25 Minuten mit einer Sache beschäftigt, darfst auch nicht abgelenkt werden, darfst nicht aufstehen, nicht auf Toilette gehen, darfst dich nicht ansprechen lassen, keinen Telefonanruf annehmen, weil ansonsten geht der Countdown wieder auf null und die 25 Minuten laufen von vorne. Also mega fokussiert, diese 25 Minuten, diesen einen Task ausführen. Wenn du das geschafft hast, musst du einen Break machen. Egal, was du gerade machst, woran du bist, du machst einen Break von drei bis fünf Minuten und danach startet der nächste Pomodoro. Wieder 25 Minuten voller, voller Monster-Monster-Fokus. Und wenn du dann drei oder vier Pomodoros durchgehauen hast, mit vollem Fokus und ohne Ablindung, glaub mir, da hast du so viel geschafft wie vorher vielleicht an einem ganzen Tag. Und nach vier Pomodoros gibt es eine längere Pause von 15 bis 30 Minuten, dann musst du mal gucken, wie viel Headspace du noch hast, wie viel Willpower, was in deinem Kopf los ist und dann machst du mit den nächsten Pomodoros weiter. Pomodoro, also saugeile, nützliche, effektive Technik, die ich auch in den Shownotes verlinke. Punkt zwei, was hilft, nicht in den Social-Media-Trap reinzulaufen? Achtsamkeit, Awareness. Mein Fehler war früher immer, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wenn ich auf Facebook irgendwas machen muss, muss ich einen Post schreiben oder irgendwas announce auf meiner Facebook-Seite, auf der DNX-Seite oder in der Community, gehe ich drauf, mit besten Absichten, will nur den Post machen, fange an, auf den ersten Link zu klicken und habe vergessen, was ich überhaupt auf Facebook machen möchte. Das ist so scheiße, das Gefühl, wenn dir bewusst ist, dass dich Facebook mal wieder verarscht und ausgetrickst hat. Was mir dabei hilft, nicht in diese Falle zu laufen, ist, bevor du das Browserfenster mit Facebook aufmachst, gönnst du dir fünf Sekunden Pause, du machst dir nochmal ganz in Ruhe klar, weswegen du jetzt auf Facebook gehen willst, verfasst diesen einen Post oder gehst in den Ad-Manager, guckst dir die Statistiken an oder startest eine neue Anzeige, machst danach das Fenster, den Tab wieder zu vom Facebook und machst weiter in deinem Task. Also was hilft, sind diese fünf Sekunden innehalten, bevor du auf Facebook gehst oder auf Instagram, sich nochmal bewusst machen, was willst du da machen, dann voll wie eine Maschine auf Autofokus diesen einen Task auf Facebook ausüben und dann Tab wieder zu. Tipp Nummer drei, nicht in Versuchung kommen. No tempting. Ich mach dazu auch nochmal einen eigenen Lifehacks-Quickie, warum es so wichtig und so gut ist, alle, alle, alle Notifications auf deinem iPhone, auf deinem iPad, auf deinem MacBook, whatever, auszuschalten. Ich selber hab mein iPhone immer auf lautlos, ich hab's niemals auf Vibra, das heißt, ich krieg's auch gar nicht mit, wenn mich jemand anruft. Wenn's wichtig ist, rufe ich zurück, aber ich geh nie, nie, nie ans Telefon, außer ich seh's gerade und das iPhone liegt da rum und ich hab Zeit. Ansonsten entscheide nämlich ich, wann ich in die Aktion gehe und entscheide mich dann aktiv dafür, beispielsweise WhatsApp aufzumachen oder den Facebook-Messenger aufzumachen oder die Gmail-App aufzumachen, aber ich komm nicht in diesen reaktiven Modus, dass es bimmelt oder dass es vibriert oder vielleicht sogar eine Bubble zu sehen ist auf den App-Icons. Also, ich mach das iPhone auf lautlos, ich mach Vibra aus, ich mach den Push aus, ich mach alle Notifications aus, sprich, ich mach auch die ganzen Bubbles aus, ich seh gar nicht mehr, was da im Hintergrund abgeht und, ähm, seitdem ich diesen Hack umgesetzt hab, Anfang diesen Jahres war das, geht es mir so viel besser und ich fühl mich nicht mehr so getrieben von den Sachen, die da in meiner Hosentasche auf dem iPhone passieren. Also, das sind die drei Tricks, super effektiv, erstens, schaff dir deinen Fokus mit Routinen, schreib dir am Vorabend raus, womit du anfangen willst und dann starte mit dem MIT, zweitens, Achtsamkeit, Awareness, halte eine 5-Sekunden-Pause ein, bevor du auf Instagram oder Facebook gehst und drittens, komm erst gar nicht in Versuchung, schalt alle Notifications aus, mach dein iPhone auf lautlos, am besten sogar noch in Flugmodus, da kenn ich auch einige erfolgreiche Unternehmer, die das so machen und dann solltest du das Spiel gewonnen haben gegen die ganzen Aufmerksamkeitsmagneten. Also Sarah, ich hoffe, dir haben die Tipps gefallen, am Ende noch einen Bonustipp, wenn du irgendwann abends, bei mir ist dann abends, weil ich morgens oft Business mache und abends dann nicht mehr so produktiv bin, wenn du dann abends oder wann auch immer dich bewusst dafür entscheidest, auf YouTube zu gehen oder auf Facebook und sagst, ich brauche jetzt ein bisschen Zerstreuung oder auf Netflix oder whatever, dann entscheide ich ganz bewusst dafür, setze hier ein Limit, sage, ich mache jetzt eine Stunde Instagram oder ich mache zwei Stunden Netflix plus YouTube, die sind jetzt frei zur Verfügung und dann ist das auch keine verschenkte Zeit oder die Zeit ist nicht gewastet, weil du hast dich ganz bewusst dafür entschieden und in dem Fall ist das dann auch dein verdienter Lohn, den du dir dann für dich selber freigegeben hast und eingeäumt hast. Ja Leute, das war's, die erste Q&A Session zum Thema was tun gegen die ganzen Distractions, Social Media Distractions, Facebook Ablenkung etc. Wenn ihr eine Frage habt, die ich beantworten soll zum Thema Fokus, zum Thema Lifehacking, zum Thema ortsunabhängiges Arbeiten, zum Thema persönliches Wachstum, zum Thema Sport, zum Thema Ernährung, dann schreibt mir marcusatlifehacks.de Ich suche regelmäßig eine Frage von euch raus, bereite mich auf die Frage vor, beantworte diese dann hier im Rahmen dieser Q&A Session. Ich hoffe, euch hat die Session genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich bin raus, wir hören uns wieder, wenn ich in Thailand bin. In diesem Sinne, bis dann und bis bald. Peace and out. Peace and out.